das Monat Land hat es kommt nun die Leute und Leute ich wollte euch kurz mitteilen ich habe es nicht mehr darüber gemacht dass ich es endlich einen eigenen Discord-Server habe gegangen und Prozent zwar ich wollte euch darüber berichten heute ich würde mich freuen wenn ihr den Joint der Link ist in der Videobeschreibung zu dem Server sogar wenn der Link abgelaufen ist weil der Link der läuft manchmal aus ab meine ich brauche in der Buchstabensuppe würd ich mal sagen wenn er abläuft dann schreibt es in die Kommentare dann erneuer ich den und wenn der noch nicht drin ist dann bin ich noch nicht so weit dann bin ich gerade gerade dabei rein zu tun oder ich habe ihn noch nicht rein das glaube ich kann erst heute Abend erst reintun deshalb Leute würde mich freuen wenn ihr den Joint der der Rechkeitschop